Ich bin zum zweiten Mal, es ist einfach mega, mega schön. Es ist einfach mega, mega, es geht nichts über was schöneres, was es nicht, auch für mich nur, dass ich hier kein Handynetz habe, was ich sehr schade finde. Ja, da kann es einem nur gut gehen, ich bin gerade, ja, wunderschöne Wasser. Und die Taubheit der Frauen hat sich wohl nichts geändert hier. Ja, es ist einfach nur mega, mega cool. Und die Zuck. Ich finde, es zahlt sich aus. Und ich freue mich schon auf jeden Fall. Ich werde mir doch eine Wochenkarte nehmen, aber nicht ab Montag. Das ist meine Kursura. Prost.